Hey Leute, was geht ab? Wow, wie lange ist es her, dass wir zu diesem Spiel ein Video gemacht haben? Die Rede ist von Battlefield. Einige von euch wissen vielleicht gar nicht, wenn sie gerade neu sind, dass dieser Kanal ursprünglich auf Battlefield aufgebaut wurde und es ist wieder soweit. Battlefield 5 oder auch V, je nachdem für was es am Schluss steht, steht in den Startlöchern und der Reveal findet schon bald statt und zwar am 23.05., also jetzt zum jetzigen Zeitpunkt dieses Videos in zwei Tagen und dann werden wir endlich wissen, was der neue Shooter aus dem Hause EA bzw. DICE an den Start bringen wird. Ich wollte euch mit diesem Video jetzt einfach mal kurz darüber aufklären, ein paar Sachen in den Raum werfen, was ich mir jetzt so vorstellen könnte, was dieser Shooter Arfin Setting hat und natürlich für diesen Kanal ganz wichtig, für euch da draußen wahrscheinlich auch interessant, ob dieser Shooter auch einen Battle Royale Modus mit an den Start bringen wird, denn wir haben es ja jetzt vor kurzem gesehen bei der Reveal Aktion von dem neuen Call of Duty Black Ops 4, was im Endeffekt ein Stück weit so aus wie Black Ops 3, eigentlich komplett das gleiche ist, aber ja, das hat mich nicht so wirklich interessiert. Was mich aber natürlich interessiert ist der Blackout Modus, also der eigenständige Battle Royale Modus, den Call of Duty da an den Start bringen wird und ich werde dazu auch nochmal ein separates Video machen, meine Meinungen, Gedanken dazu bringen, was wie wo, wann und so da eventuell passieren könnte, aber jetzt bleiben wir erstmal mal bei Battlefield. Da gab es vor Monaten schon die ersten Leaks und Gerüchte drumherum, was das Setting sein könnte und die verdichten sich jetzt so nach und nach. Damals wurde auch schon das jetzt im Hintergrund auch zu sehene Artwork bzw. man könnte auch sagen Startbildschirm-Logo von Battlefield 5. Ich bleibe jetzt einfach mal bei der 5, weil das V steht für eine 5, könnte natürlich auch für was anders stehen. Ihr könnt natürlich unten mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, welches Setting das neue Battlefield haben wird. Ist es vielleicht Battlefield Vietnam wegen dem V? Oder viele vermuten auch den sogenannten Victory Day, den Tag 1945, den Siegestag der Alliierten im Zweiten Weltkrieg. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meine Hoffnung schon fast und meine Vermutung liegt hierbei auch wirklich auf dem Zweiten Weltkrieg. Denn wir hatten natürlich mit Battlefield 1942 den ersten Teil der Serie Zweiter Weltkrieg, aber das ist jetzt schon ein bisschen her, das war 2002 und allgemein sind ja World War II-Shooter momentan wieder bereit, an die Oberfläche zu kommen. Damals gab es vor Jahren sehr viele Shooter dazu, auch im Call of Duty-Bereich. Und Call of Duty hat dieses Jahr bzw. mit ihrem letzten Call of Duty mit World War II natürlich auch wieder den Schritt zurück gemacht, Back to the Roots und ich würde mich persönlich wirklich darüber freuen, dass wir wieder im Rahmen des Zweiten Weltkriegs auf die Schlachtfelder dort zurückkehren können und dort einfach, wie damals, mit Battlefield 1942 ordentlich rocken können. Auch dazu gab es bereits Leaks, die vermuten lassen, dass es Zweiter Weltkrieg ist. Und diese Leaks kamen auch aus diversen Quellen, die in der Vergangenheit auch gezeigt haben, dass sie, naja, nicht so unrealistisch sind. Zu einem wurde, wie gesagt, das Logo schon geleakt und jetzt auch bestätigt, dass es das Gleiche ist. Zum anderen gab es aber auch Sachen wie zum Beispiel, ja, die Cover für die Xbox- und Playstation-Version, die zwar keine offizielle Bestätigung haben, aber dort sieht man eben auch einen Soldaten, ja, mit World War II-Ausrüstung, kann man sagen. Und ich glaube, dass es da schon eher in die Richtung gehen wird. Zudem soll laut Leaks Battlefield 5, ja, mehr oder weniger den Sprung zwischen Battlefield 4 und Battlefield 1 machen. Also die Grafik mit der Frostbite Engine und so aus dem letzten Teil, also Battlefield 1, ist natürlich bombastisch, die Soundkulisse enorm. Allerdings ist das Gameplay für viele, gerade für alte Battlefield-Veteranen, wie ich halt einer bin, ja, so ein bisschen casual-lastig geworden. Von daher würde ich mich freuen, wenn es sich eher wieder an den älteren Teilen orientiert. Es soll da laut Leaks, wie gesagt, das muss man immer wieder erwähnen, dass es keine offiziellen Bestätigungen sind, aber es soll wieder wohl so sein, dass man wie in Battlefield 4, da konnte man ja in die Fahrzeuge einfach einsteigen und wurde nicht wie in Battlefield 1 einfach auf das Schlachtfeld gespawnt. So soll es wohl wieder sein, es soll wieder ein bisschen back to the roots gehen, aber auch Sachen enthalten, wie zum Beispiel die, ja, Behemoth, also die War Machines, nenne ich mal, die großen Fahrzeuge, die man in Battlefield 1 fahren konnte, wie das Schlachtschiff oder die fetten Panzer. Und auf der anderen Seite auch Sachen wie Elite-Klassen, die im Zweiten Weltkrieg grundsätzlich auch, ja, möglich sind und dieses Szenario auch eine gute Vorlage für diese Sachen geben könnte. Also, wenn das wirklich der Fall ist, dass sie da Elemente aus Battlefield 1 rausnehmen, dann würde natürlich dieses Setting eigentlich, finde ich, gut dazu passen. Was für mich auf der anderen Seite, wie bereits erwähnt, natürlich mega interessant ist, ist die Frage nach einem Battle-Royale-Modus. Call of Duty hat es jetzt vorgemacht, angekündigt. Blackout-Modus, der eigenständige Battle-Royale-Modus, wird Battlefield jetzt nachziehen. Auch da gab es vor Monaten schon diverse Vermutungen und angebliche Leaks, wobei das eher, naja, Wunschdenken der Community war, auch Sachen wie Reddit oder so, wo dann teilweise Videos von Konzepten geteilt wurden, wie man einen Battle-Royale-Modus gestalten könnte. Und schlussendlich ist das aber alles gar nicht so unrealistisch, denn Battlefield hat natürlich mit seinem Scale, also mit der Größe, 64 Mann, schon am Start, die Kartengröße dazu mit Fahrzeugen, also Land-, Luftfahrzeugen-, Wasserfahrzeugen, grundsätzlich Potenzial, da was aufzubauen. Natürlich müsste man allgemein an der Kartengröße, wenn man es jetzt mit Sachen wie PUBG oder sonstiges vergleicht, noch was tun, aber ich glaube, die Frostbite-Engine hat auch, was die Performance angeht, da auf jeden Fall Luft nach oben und könnte, wenn es jetzt allein schon Call of Duty schaffen kann, natürlich da noch einen Schritt weitergehen und das Ganze wirklich auf Battle-Royale-Niveau schaffen. So könnte man dort auch die einzelnen Klassen, die es ja auch im neuen Battlefield geben wird, also den Assault, den Medic, den Engineer, nenne ich ihn jetzt mal, und Scharfschützen, einfach auch als Klassen integrieren und da ein bisschen Abwechslung in den Battle-Royale-Modus, den klassischen Battle-Royale-Modus bringen, wo man sich einfach entscheiden muss, okay, welche Klasse nehme ich? Welchen Typ Soldat nehme ich? Vielleicht wird das Ganze auch komplett auf Squads aufgebaut sein. So sieht es ja auch bei Blackout, also dem Call of Duty-Modus, ein bisschen danach aus. Das heißt, dass man nicht unbedingt als Solospieler unterwegs ist, sondern eher vielleicht als Squad. Könnte natürlich auch eine Möglichkeit sein, auch wieder diesen Teamplay-Charakter zu fördern. Ich würde es auf jeden Fall interessant finden, wenn jetzt eben ein weiteres AAA-Studio nach Call of Duty jetzt halt einfach an den Start gehen würde, seine Ressourcen nehmen würde und da auch was auf den Markt schmeißt. Weil natürlich läuft man ein bisschen den Trend hinterher, aber die Leute sind heiß drauf. Ganz ehrlich, ich kriege nicht genug vom Battle-Royale. Schmeiß mir neue Games rein, ich probiere sie aus. Ob sie langfristig dann bestehen bleiben können, ist natürlich wieder die andere Frage. Aber dafür habt ihr mich, ne? Ich probiere das Ganze natürlich aus. Was uns jetzt schlussendlich mit Battlefield 5 erwarten wird, bleibt also noch etwas abzuwarten. Wir müssen uns noch, wie gesagt, zwei Tage gedulden. Ich werde das Ganze aber auf meinem Livestream-Kanal auf jeden Fall nebenher verfolgen. Das Ganze findet unserer Zeit, glaube ich, am Abend statt. Ich glaube gegen 10 Uhr, also 22 Uhr sowas. Aber wenn man das Ganze rebroadcasten darf, dann werde ich das auf jeden Fall immer im Livestream tun. Und wir werden uns zusammen einfach die Veröffentlichung oder den Reveal von Battlefield 5 anschauen. Das heißt, ihr könnt natürlich dabei sein auf meinem Twitch-Kanal, twitch.tv slash LostAiming. Da wird natürlich zukünftig dann auch einiges, was Battle Royale angeht, kommen. Natürlich langfristig dann gesehen Battlefield, wenn es so sein sollte, dass dort ein BR-Modus kommt. Aber auch der neue Call of Duty BR-Modus, neben Sachen wie PUBG, was ja momentan eh schon gespielt wird. Was ihr jetzt von der ganzen Sache haltet, könnt ihr, wie gesagt, einfach mal unten in die Kommentare schreiben. Und könnt natürlich auch ein Abo da lassen, wenn ihr zukünftig kein Content, auch zu diesen neuen Spielen, wenn es der Fall sein sollte, dass da was Gescheites an den Markt kommt, natürlich verpassen wollt. In diesem Sinne kann ich nur sagen, Badoer Ziel immer im Auge. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Lost. Wir sehen uns im nächsten Video.